Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video ist richtig, richtig spontan jetzt und ich weiß auch gar nicht, was mich jetzt so richtig in diesem Video erwartet, aber ihr habt es wahrscheinlich schon an der Unterschrift gelesen. Ich habe ein Tauschpaket mit der lieben Rosis Kosmetik und ihr Tauschpaket kam gerade bei mir an und ich mache es gemeinsam mit euch auch. Ich hatte noch mehr Tauschpaket und ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, was da hin ist und ein riesen, riesen, riesen Dankeschön an dich, dass du mir das geschickt hast. Also wirklich, ich freue mich ja mega. Ich freue mich allein schon, dass ich es bekommen habe. Also, muss ja gar nicht überhaupt was drin sein oder so, ne? Nee, aber vielen Dank schon mal und wir schauen jetzt gemeinsam rein und hoffen, dass da mega geile Sachen drin sind. Ich bin ausgestattet mit einer Schere. Mit dieser Schere werde ich jetzt aufmachen. Oh, da ist ja richtig viel drin. Oh, das ist ja toll. Oh, das ist ja randvoll gefüllt. Oh, ich kann es gar nicht aufmachen. Oh, ich sehe schon bekannte Sachen. Oh nein, die hat es verpackt. Oh, scheiße. Ich glaube, die wird mich hassen für mein Paket. Also, erst einmal eine Karte. Ja, vielen Dank allein schon für die Karte. Hier erstmal von Isana ein Haarspray, ein Volumenhaarspray für extra starken Halt. Vielen Dank. Mein Haarspray geht nämlich bald leer. Das bietet sich sogar wirklich an. Ich verwende Haarspray nicht so oft, aber trotzdem kann man es gebrauchen, wenn man es mal braucht. So für Locken oder so. Also dafür verwende ich es, weil meine Haare sind schon... Wenn ich mir so einen Topf mache, brauche ich keine Haarspray hinmachen, weil ich habe diese Babyhaarchen nicht und so. Deswegen... Aber wenn ich mir mal Locken mache, was auch ab und an vorkommt, brauche ich eins und dann hätte ich mir auch eins gekauft. Also viele Tage schon mal dafür. So, hier ist eine Bodylotion. Wildberry. Ja, Bodylotions. Ich habe eine Sammlung an Bodylotions. Ich bin immer so am Kämpfen, die leer zu kriegen. Aber vielen Dank, Wildberry. Ja, mit Schnupfen dran zu riechen, riecht man jetzt nicht so die Menge. Ich glaube, das hat sie sogar schon ausbefriert. Ja, ich riech's. Ich riech's. Also erstes Fazit, es zieht recht schnell ein. Ich kenne die Marke nicht. Very, very splash. Da steht eigentlich keine richtige Marke drauf. Also, Akentra. Kein Schimmer kenne ich nicht. Aber vielen Dank für diese Bodylotion. Eine Maske. Hydro-Maske von Rossmann. Die habe ich schon. Aber vielen Dank. Sie hat mir nämlich gesagt, was sie gerne möchte und ich nicht. Ich mag Überraschungen. Aber vielen Dank für diese Maske. Ich werde sie auch verwenden. Feuchtigkeit ist immer gut und vielen Dank. Oh, das ist toll. Sie hat diese Sache auch noch verpackt, ey. Die wird sich bei meinem Paket denken. Warum schenkt die mir sowas? Also, ohne Scheiß. Ich dachte, das ist nicht so. Oh, ein Essensquatto. Wenn es mich nicht täuscht, geht es aus dem Sortiment, oder? Aber online. Die hat mir ja voll viel geschenkt. Was soll ich denn jetzt machen? Also, wir haben schon einen Betrag ausgemacht. Ich habe von dem schon auch eingekauft. Aber sie hat es alles verpackt und voll die Mühe gemacht. Und ich... Ach, sie hat den auch schon mal geswatcht. Oder sie hat nur eingekauft, wo schon mal geswatcht wurde. Das ist die Nummer 16, Down to Earth. Und... Ja, die sind eigentlich immer relativ gut pigmentiert, die von Essens in diesem Quattro. Deswegen vielen Dank schon mal. Also, man sieht, die sind echt pigmentiert. Also, braucht man gar nichts sagen. Das Blau werde ich wahrscheinlich nicht verwenden, aber die anderen drei Farben. Vielen Dank schon mal. Dann hat es ein paar Sachen von Soji rein. Das ist die Realeigenmarke. Und das sind Reinigungstücher. Entfernt ein wasserfestes Make-up. Sehr gut. Und sowas kann ich immer geworfen, kann ich immer wieder testen. Sowas brauche ich immer auf. Und hier die Haarkur. Die hatte ich schon mal. Die ist so gut. Ohne Witz. Ich fand die richtig gut, als ich die mal hatte. Und ich habe die aber noch nie in der originalen Größe gesehen. Bei Reale. Aber die ist echt gut. Also, falls ihr die noch nicht kennt, probiert die mal aus. Die war echt top. Dann ist hier noch was von Berry Berry drin. Ein Badesalz steht zumindest drauf. Oh. Ist ja wirklich Salz. Ich dachte jetzt... Ja. Was dachte ich eigentlich? Ähm. Ja. Weiß ich nicht genau, was man damit macht. Ich glaube, man schmeißt es ins Badewasser. Werde ich verwenden. Vielen Dank dafür. Werde ich alles ausprobieren. Werdet ihr auch in meinem Aufbruch-Video sehen, wie ich das alles fand. Und dann hier ein Eau de Toilette Céline Menet. Kein Schimmer. Ich habe immer noch Schlupfen. Mal gucken, wie es riecht. Und ich teile doch mal gemeinsam dran. Na ja, das Flakon ist... Na ja, das Flakon ist... Ist... Ich liebe Parfüms. Ich liebe Parfüms. Parfüms könnte ich sammeln und bunkern und alles mögliche. Was ist das? Auch von diesem Berry Berry. Ist das so ein Abschminktuch? Für... Es gibt irgendwie... Es gab es früher solche Abschminktücher, die so diese Größe hatten. Wahrscheinlich ist das so eins. Hiervon hast du gleich ein ganzes Set bekommen. Ja, toll. Die hat es richtig, richtig schön gemacht. Und ich bin nicht so der Geschenke auf Backe so ordentlich. Also. Oh, von Rival de Loup. Ein klärendes Gesichtsmasser für unreine Haut. Danke. Ich liebe Beauty. Danke, danke, danke. Habe ich alles nicht verdient. Jetzt hier so was Kleines. Was ist das? Oh, von Essence aus der Cinderella LE. Nagelsticker. Das sind... Oh, ich... Leider trage ich nie Nagelsticker. Aber ich werde schon irgendeine Verwendung dafür finden. Vielleicht werde ich doch noch welche tragen. Aber trotzdem Dankeschön, dass du mir... die reingepackt hast. Aber ich weiß nicht, ob ich so der Nagelsticker-Trager bin. Hier. Oh, bitte lass uns einen Lippenstift zuhören. Ich finde Lippenstifte toll. Oh. Eyeliner. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, wisst ihr, ich habe mir genau den gleichen auch gekauft. Nur in der Matt-Version. Und sie hat mir jetzt den High Shine gekauft. Was ist da jetzt der Unterschied? Sieht auch schwarz aus. Naja. Eyeliner kann man immer gebrauchen. Wird auf jeden Fall leer gehen. Ah, da ist noch was. Ich glaube, das ist eine Mascara. Telle tolle. So, das Parfüm. Der Parfümgeruch kommt langsamer raus. Oh, die hat sich eine Mühle gemacht. Ey und ich. Oh, I like long lashes. Das ist die von Essence. Die kann ich mir mega gut beim Schichten vorstellen. Weil erst so lange Wimpern und dann nochmal Volumen drauf. Ich glaube, das macht richtig Bäm. Die habe ich schon öfter überlegt zu kaufen. Aber ich habe sie noch nicht. Ich habe über 30 Mascaras, aber die noch nicht. Also vielen Dank schon mal. Die hat so ein ganz kleines Gummibürstchen, wie ihr sehen könnt. Aber gut. Wird schon was tauchen, hoffe ich. Also Essence, Mascara sind eigentlich immer ganz gut. Hiervon hast du gleich ein ganzes Set bekommen. Das verstehe ich irgendwie nicht. Naja, das war das Tauschpaket. Ich wollte mich bei dir bedanken für deine ganzen Sachen. Wirklich vielen lieben Dank. Die Produkte werden auf jeden Fall verwendet werden und leer gemacht werden. Und alles mögliche gemacht werden. Also vielen Dank für dieses Tauschpaket. Und wir können gerne mal wieder ein Tauschpaket machen. Oder falls auch jemand mal Bock hat, mit mir eins zu machen. Oder so. Und mir was schenken möchte. Ein Spaß. Aber ihr könnt mir auf YouTube eine private Nachricht schreiben. Oder InstaDirect. Oder sonst irgendwas. Lasst euch irgendwas einfallen. Snapchat. Ja, mit mir kommt man eigentlich ganz leicht in Kontakt. Also. Das war's mit dem Video. Auf Wiedersehen. Tschüss.